Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. It's hard to pinpoint in this lightning, but I'm picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Let's go. 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 I know what happened to the contractors. I think we can guess. Nice. Das ist komfortabel. Das ist komfortabel. Das ist komfortabel. Ich habe nicht in die Richtung geguckt. Hallo, willkommen im Stream. Hier geht es nicht mehr zu lang. Ich habe nicht mehr zu langen. 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 Was uns to worry about? Branch, come on! We don't give the Mercs ideas. Ich bin bereit! 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 Der nächste Wunsch aussieht wie ein großer Wunsch! Du musst nur den Taktikus geben! Aber jetzt gibt es weniger Zeit, die in der Mitte zu tun werden! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Der drinnen ist einfach ziemlich gute Dekor! Ich muss mal sagen! Die Flugs-Kompensatoren sind sehr cool! Die Hatch ist offen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, es wird nicht reichen, was du hier hast. Meine Basir konnten sich aufhalten. Ich glaube, mehr als ein Speckler kriegst du hier nicht. Ich treize mal auf Granaten. Ich habe den Schiff aufgelenkt. Wir gehen nach dem Prisenblock. ... und Farren. Neutralize the group. Watch out, the flashbangs! Oh, that's got a high glass. Leihara? Hold on. We're getting you out of here. No. Feren. I thought this looked too easy. This chair plugs in. You have to shut off the power. Pull me out now and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to central operations. What do you know about the broker? He did this to me. I was hoping you'd know what he is. I never got a good look, but he's big. The guards are terrified of him. A Krogan? I don't know, but not everyone who visits his office comes back out. If he left you alive for us to find, the broker has no idea how dangerous we are. Don't underestimate him. He prepares for everything. Central operations is down the hall. You know the shadow broker is waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Feren. I'll try not to go anywhere. I want all teams to help those scenes. Get an LOS. Paint the marks. Oh. 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 Oh... Oh. 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 Oh my. Oh my. Oh my. Ich bin hier für den Drone. Reckless, auch für dich, Commander. Lassen Sie ihn gehen. Sie sind ziemlich sicher für jemanden mit dem Weg zu schützen. Sie verabschieden mit Faszinierten Schäuern, Dr. Es ist gut, dass du Archangel anstattest. Ihre Freundschaft ist noch nicht verabschiedet. Sie sind nicht auf jemanden. Es ist sinnvoll, mich zu fragen, Asari. Ich weiß, dass du jeden Geheimnis bist, während du im Dunkeln schlägst. Ist das richtig? Du bist ein Yorg. Eine Spezieselbewegung, die Quarantiniert in ihrem Leben, aus dem Massacrenzieren den ersten Kontakten. Diese Basis ist größer als deine Planeten. Das wahrscheinlich bedeutet, dass du den originalen Shadowbroker vor 60 Jahren bist. Dann hast du über. Ich glaube, dass du von deinem Welt genommen bist, von einem Trophiehunter. Der will ein Slave. Oder ein Pett. Wie mache ich das? Okay. Ich glaube, das fiel selbst für einen Kugana. Schon recht groß. Oh, das ist angepisst. Muss ich das ansehen? Er schießt mit einer Hand. Mit einer Hand. Fall. Sie sind unter Kontrolle. Cut.